In Plohn haben sie sogar über Kopfballen einfach mit so einem Handding aufgenommen, ohne zu fallen. Ja, im Schwabenpark war es auch kein Problem. Da habe ich die GoPro auf der Handschlaufe gehabt und die Insta auch. Die haben tatsächlich alle Parks vorher angeschrieben. Ja, genau. Macht ihr auch so? Ja, mit mir. Ich habe keine Ahnung davon. Ich dachte, ich gehe mal lieber nur mal sicher. Das ist ein kleines Ritter. Schön hier. Schöne Aussicht, ja. Schön, dass man hier auch ein bisschen oben bleibt. Oh, das ist aber auch nicht. Ich bin relativ nicht vorne. Ja. 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 Es geht es weiter. 130 km ruhe. Er wisst es, die wir hier sehen. Und dann sieht er das kniehen. So schön. So, jetzt die Barbarung. Ja.